Tagesvorhang von Yab Anstötz, Ginko Leaf. Der Tagesvorhang besteht aus 60% Polyester und 40% Viskose. Ginko Leaf ist weitgehend halbtransparent. Die Haptik ist flach und seifig. Waschen Sie diesen Tagesvorhang bei 30 Grad im Schonwaschgang. Ginko Leaf fällt schön weich in die Falten. Dieser romantische Tagesvorhang ist ein Ausbrenner. Es sind Blätter vom berühmten Ginko Biloba Baum zu sehen. Diese tanzen abstrakt auf dem Vorhang. Ich empfehle Ihnen diesen Vorhang in ein elegantes Wohnzimmer. In diesen beiden Videos zeigen wir Ihnen noch weitere Ausbrennervorhangstoffe.